Applaus Es ist ein ganz freundes Treffen, die eigentlich ein bisschen in die Kärle untertreffen. Und man hat die Ketten, fängt es alle einvergessen, und dann geht es weiter. Dann möchte ich auch die Musiknetter herzlich begrüssen. Ich habe es gehört, dass die Trio Grinsboden wurde. Letzten Herbst haben wir auch mit ihnen eine CD gemacht. Und jetzt sind sie heute hier bei uns auch eine Unterhaltung, wie man fast sagen kann, zum Tanzmusik machen. Dann habe ich noch eine Haufen Deligationskärtchen bekommen. Das ist schon zu schwierig. Ich möchte von Handeln. Jodl Gruppe Bergwieser, Jaldemar Stab, Jodl Klub Stierental, Altnacht, Schmidt der Körle Necker, Landüger Körle Sendings, Püri in der Körle Grossau-Wattwiel, Jodl Körle Lübnisburg, Kuhfürst der Körle Altsanktel am Unterwasser, Jodl Klub Türi ist auch in Sägen, Jodl Körle Rehberg, Jodl Klub Türi ist auch in der Körle, Jodl Klub Türi ist auch in der Körle. Herzlich willkommen! Wir haben das Programm gehört, dass wir mit dem Asylrecht herzlich willkommen heissen und dann kann es auch noch die Luft-Anspürze kommen. Ich möchte noch einmal zählen. Wir haben ein Programm bekommen. Wir haben auf jeden Tisch eine Zettel, die wir für die Essen bestellen können. Wenn wir hier oben haben, gibt es ein feines Menü mit Schnettel, Gemüse und Nudeln. Wir sind nicht getäuscht. Jetzt wäre es einfach schön, wenn wir hier oben haben, die Zettel ausfüllen. Auf jeden Zettel kommt eine Nummer. Und dann machen wir auf den Obern, auf jeden Fall oben. Dann spielen die Musik nochmal. PSG-Stöckchen. Und sie werden euch hier oben in die Zettel schnell einzügen. Und dann könnt ihr die Pause. Bleibt es halt nicht. Sie wären geschreckt, wenn sie schnell an die Zettel sind. Ihr müsst euch unbedingt schauen, was dort eine Nummer auf der Zettel ist. Und ihr könnt einen Tisch ausgefüllen, das habt ihr sehr schön. Dann dürfen ihr jetzt am Herzen möglich sein und du trinkst auch alles hier so. Jetzt übers Conservative. Hört euch. P Wassersp Пока. Auf diese Seite. In schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ein schönen Tag, dazu eine Briefe. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ein problematisch. Einzelarity.